Mein Name ist Annik Rainer-Fuchs und ich mache ein duales Studium bei der Stadt Coburg als Beamtenanwärterin im gehobenen Dienst. Was mir bei der Stadt Coburg besonders gut gefällt, ist, dass man während der Praktikas ganz viele verschiedene Ämter durchläuft und damit sehr viele Eindrücke bekommt, was die Aufgabenbereiche der Stadt sind. Mein Name ist Andrea Oeckler, ich lerne Gärtnerin als Zierpflanzenbau. Also wir haben eigentlich hier eine ganz schöne Ausbildungsstätte, weil man hier viel lernt und weil wir viel auch mit den Pflanzen immer nah dran sind und unsere Ausbilderin uns auch immer hilft und beiseite steht und wir auch sehr gut für die Prüfungen vorbereitet werden und allgemein auch viel mitmachen dürfen. Ich mag die Ausbildung, weil es so schön abwechslungsreich ist, vielfältig. Mein Name ist Franziska, ich arbeite in der IT-Abteilung der Stadt Coburg. Ich mache eine Ausbildung zur Informatikkauffrau. Besonders an der Ausbildung gefällt mir die Gleitzeit. So kommt meine Freizeit nicht zu kurz. Mein Name ist Manuel, ich mache eine Ausbildung zur Fachinformatikka. Am meisten gefällt mir, dass ich mit den Anwendungsbetreuern durch die verschiedenen Ämter komme und so ständig nette Leute kennenlerne. Ich bin Sarah Biele. Ich mache eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien, Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek. Das macht mir sehr viel Spaß. Das ist genau die richtige Mischung zwischen Kundenkontakt, dem Kontakt mit Büchern und dem Kontakt mit den Computern. Ich bin die Valeria Wagner. Ich mache eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Ich finde es sehr schön, dass wir ein gutes Verhältnis zwischen den Azubis und den Ausbildungsleitern haben und dass sich alle Auszubildenden durch die gemeinsamen Unternehmungen besser verstehen. Vor allem durch die regelmäßigen Azubi-Ausfüllige wird der Zusammenhalt der Gruppe gefördert. Ich heiße Jasmin Bosikert und mache mein zweites Erzieherpraktikum in der Stadt Coburg. Am meisten gefällt mir die Arbeit mit den Kindern. Das Azubi-Fit-Programm begleitet die Auszubildenden während der gesamten Ausbildung und sorgt für eine gesunde Abwechslung im Arbeitgeantrag. Mein Name ist Jasmin Abdel-Rassak. Ich mache eine Ausbildung zur Mediengestalterin und ich habe den Film gemacht. Ich habe den Film gemacht.